Willkommen zum Comunado Cloud Close-Up. Hier schauen wir uns als Berater von Comunado die neuesten Features der Atlassian Cloud an. Ich bin mit dem Martin hier heute und Martin, sag mal, hast du irgendeine coole Funktion in der Atlassian Cloud letztens entdeckt? Hi Anteil, ja ständig, deshalb gibt es ja das Format. Ja, ich meine, der AI-Hype ist immer noch am laufen. Daher wollen wir vielleicht einfach mal eine KI-Sonderfolge machen heute? Ja, ich kann auch was KI-mäßig zeigen, was uns so erwartet. Dann fange ich mal an mit einer Funktion, die so KI enthält von Atlassian. Sie ist an sich nicht neu, aber sie wurde noch mal neu gemacht und mit KI verstärkt und funktioniert jetzt deutlich besser. Ist sie also intelligenter? Ja, sie ist intelligenter, sie war vorher nicht so richtig intelligent. Ich bin hier in Jira Service Management an einem Vorgang und hier gibt es dieses ähnliche Anfragen-Panel, das mir also ähnliche Tickets, wie das, das ich gerade geöffnet habe, anzeigen soll. Das gibt es wie gesagt schon seit über einem Jahr, aber bisher hat das nie ähnliche Tickets gefunden. Also es war eigentlich immer leer oder hat total bescheuerte, unähnliche Tickets nur angezeigt. Und jetzt inzwischen kann ich also zu diesem Vorgang, SAP funktioniert nicht, die anderen Meldungen, dass SAP nicht funktioniert oder nicht erreichbar ist, die werden mir hiermit angezeigt. Und zwar wird hier die Zusammenfassung und die Beschreibung von anderen Vorgängen durchsucht und daran wird erkannt, welche Vorgänge sind relevant. Cool, oder? Okay, also es findet auch Sachen, die ähnlicher sind und auch ein bisschen schlauer ähnlicher und nicht nur dieselben drei Buchstaben zum Beispiel enthalten. Genau. Ich vermute, hier war vorher ein schlechter Algorithmus drin und jetzt hat Atlassian also richtig eine KI eingebaut. Das bedeutet quasi, ich brauche wahrscheinlich auch gar keine Knowledge Base mehr zu füttern, sondern kann mich einfach nur meinen alten Tickets, die alten Tickets nachverfolgen. Naja, ich glaube, das ist eher weniger der Anwendungsfall. Die Knowledge Base brauchst du schon trotzdem, aber es ist dafür da, dass wenn du in einem Störungsfall ganz viele Tickets zum selben Fall bekommst, dass du gleich sehen kannst, welche Tickets gehören noch dazu, welche sind verwandt. Stimmt, stimmt, genau. Aber du kannst natürlich auch von alten Sachen lernen, aber die Knowledge Base ist ja trotzdem sinnvoll, wenn du zum Beispiel einen Self Service machen möchtest, dass dieses Ticket erst gar nicht bei dir landet, sondern von den Nutzern gleich automatisch selbst beantwortet werden kann. Ja. Außerdem schreibst du ja die Lösung, wie du das Problem gelöst hast, vor allem in die Knowledge Base und nicht jetzt unbedingt an das Ticket. Ja, stimmt. Okay, und das wird immer angezeigt und das ist doch eigentlich cool und du kannst auch sagen, ist es relevant oder nicht und kannst quasi nochmal dieses Feedback geben. Genau. Und wenn dich das Paddel stört, dann kannst du es sogar auch ausblenden. Das ist auch kein Problem. Ah, schuld. Und dieses ähnliche Anfragen gibt es nicht nur als Panel hier am Vorgang, sondern es gibt es noch an einer zweiten Stelle, die ist viel versteckter, aber ich finde mindestens genauso cool, nämlich in den Automationen. Ich bin jetzt hier in dem Projekt in Jira Automation, habe gerade eine neue Regel hier erstellt, die soll ausgeführt werden, wenn ein neuer Vorgang angelegt wird. Und jetzt möchte ich also erkennen, gibt es zu diesem neuen Vorgang bereits bestehende Vorgänge, die sehr ähnlich sind. Und das können wir jetzt hier machen mit diesem Branch-Element, mit dem Regelbranching, mit dem ich ja Dinge für andere Vorgänge ausführen kann, also zum Beispiel für meine Untervorgänge oder für das Ergebnis einer JQL-Abfrage oder so. Und hier gibt es jetzt neu auch die ähnliche Vorgangsbeschreibung. Hier kann ich also etwas mit den Vorgängen machen, die zu diesem Vorgang ähnlich sind, was die Beschreibung angeht. Und hier habe ich sogar noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt hier nämlich diese, diesen Strahl und hier kann ich von nicht ähnlich bis identisch über ähnlich, nicht sehr ähnlich, sehr ähnlich granular einstellen. Wie hart soll denn die KI hier sein? Also wie identisch müssen die anderen Vorgänge sein, um erkannt zu werden. Ja, und könnte dann darauf basierend eben Aktionen durchführen. Wie zum Beispiel verknüpfe mir diese sehr ähnlichen Vorgänge mit dem neu erstellten. Ziemlich cool, oder? Ja, vor allem wenn ich jetzt daran denke, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben irgendeinen Outage, irgendeines unserer Systeme funktioniert nicht und es ist 8.30 Uhr in der Früh oder 8.31 Uhr und wir bekommen im 30-Sekunden-Takt von allen Nutzern irgendwie Nachrichten, hey und das System funktioniert nicht. Und so können wir das Ganze einfach bündeln und müssen uns darüber gar keine Gedanken mehr machen. Ganz genau. Das ist, das ist gar nicht so, das ist ganz, ganz schön schlau. Und was ich interessant fand, ich glaube, das ist das Erste, wenn du da nochmal in diese Komponente reingehst oder für ähnliche Vorgangsbeschreibungen, ist das Erste Mal, dass ich glaube ich auch das Atlassian Intelligence Logo hier irgendwo mal gesehen habe mit einem Tool. Achso, das war, wenn ich hier nochmal reingehe, dieses Zeichen, ja. Ja, oder ist es das überhaupt? Ist ja auf jeden Fall irgendein intelligentes Logo. Magic soll es andeuten, denke ich. Achso, Magic, ah, ich verstehe. Okay. Ja, cool, Martin, das ist doch eine schöne Funktion, wie, glaube ich, das Leben von sehr, sehr vielen Agents vereinfachen wird. Ja, ich glaube, das ist schon ganz cool. Mhm. Ich habe auch was mitgemacht. Soll ich dir das mal zeigen? Ich bitte darum. Und zwar habe ich mir letztens gedacht oder schon vor einer Weile, als das ganze ChatGPT-Zeug rausgekommen ist, hey, irgendwie muss es doch möglich sein, in dieses tolle Lernmodell, was die da haben, doch unsere eigenen Daten mit reinzubringen, die dann für uns selbst verfügbar sind. Das ist irgendwie sehr, sehr kompliziert programmatisch möglich. Aber dann dachte ich mir, okay, ja gut, irgendwann kommt ja eh bald Atlassian Intelligence und ich muss mich da nicht mit einem Entwickler hinsetzen. Aber ich habe es letztens trotzdem einfach mal gemacht, um mal so ein bisschen zu schauen, wie verändert das denn eigentlich unsere Arbeitsweise in der nächsten Zeit? Also gerade auch im Hinblick auf die ganzen Demos, die wir bei jetzt Co-Pilot und so weiter gesehen haben. Und ich habe dazu mal einen kleinen Use Case ausgebaut mit einer kleinen App, die sich Easel nennt, mit der man sehr coole Sachen machen kann und die uns quasi echt eine gute Vorschau darauf bieten, was wir dann nachher mit Atlassian Intelligence und die ganzen anderen KI-Tools wie jetzt Co-Pilot erwarten dürfen. Nämlich habe ich hier mal einen Bereich, einen HR-Bereich und habe hier diverse Seiten reingefüttert. Wie zum Beispiel, wie beantragen wir eine Dienstreise oder was müssen wir bei Dienstreisen ins Ausland beachten, Arbeitszeitregelungen und all das Zeug, was man halt in so einem HR-Bereich hat. Da hat mir übrigens ChatGPT echt gut geholfen, all das Zeug anzulegen. Ich war innerhalb von einer halben Stunde fertig und habe teilweise richtig lange Artikel, für die ich sonst ewig gebraucht hätte, um die zu erstellen. Und was ich machen kann, ist quasi all diese Daten in ein Lernmodell zu füttern. Also im Prinzip das, was nachher Atlassian Intelligence auch macht. Und dieses Lernmodell basiert auf Open-Eyes AI, auf GPT-3,5 glaube ich. Und mit ESL kann ich das Ganze halt anbinden. Und das Coole ist, ich bekomme hier quasi schon mal so eine Vorschau, auf was nachher mit Atlassian Intelligence so möglich ist. Ich habe hier einen Playground, da kann ich denen jetzt Fragen stellen, wie zum Beispiel, welche Schritte muss ich beachten, wenn ich eine Dienstreise nach Italien buche. Und ich kann denen das einfach fragen und ich bekomme dann automatisch eine Antwort anhand der Daten, die bei mir in dem Bereich drin liegen. Nämlich muss ich eines der Dienstreisetickets im EK-Projekt anliegen, muss überprüfen, ob eine A1-Bescheinigung erforderlich ist für die Krankenkasse, ich muss weitere Regeln beachten und so weiter. Und ich sehe hier auch, auf welche Quellen sich das bezieht. Auf die Seite Dienstreisen und auf die Seite Dienstreisen ins Ausland. Und ich kann da auch direkt drauf gehen und sehe quasi coole Informationen anhand meiner Anfrage. Also es ist quasi dasselbe, als würde ich rübergehen in HR und die fragen, hey, was muss ich denn da konkret beachten? Also es ist wie ChatGPG, aber gefüttert mit deinem Intranet sozusagen. Genau, mit meinen Daten. Und das Ganze kann man nochmal ein bisschen weiterspielen. Die von Esel haben jetzt hier zum Beispiel auch eine Slack-Anbindung. Und ich kann denen das Ganze hier auch in Slack fragen. Und der beste Use Case für mich eigentlich ist immer, ich kann das Ganze auch in anderen Sprachen sprechen. Ich stelle jetzt einfach mal eine Frage zu unserem Benefit-Modell ein, weil wir haben als Mitarbeiter ein bestimmtes Benefit-Kontingent und können basierend darauf diverse Sachen buchen, die wir als Gutzahl auf unser Gehalt drauf bekommen. Und das Ganze wird jetzt überprüft von dem Esel. Deshalb habe ich auch direkt dieses Emoji drauf bekommen. Und im Hintergrund schreibt er das aus, wie wir es gerade vorhin gesehen haben und bekommt direkt eine Antwort drauf. Und hier sehe ich zum Beispiel, als EINITZ-Senior-Berater habe ich ein monatliches Budget von 180 Euro, das ich für verschiedenste Benefits nutzen kann. Und ich bekomme hier auch ein paar Beispiele, was ich dafür nutzen kann. Wie gesagt, das ist einfach mal eingetragen und ich habe dir jetzt einfach mal etwas vorschlagen müssen. Und das ist eigentlich super cool, dass ich das quasi direkt nutzen kann und ich kann quasi direkt mit einem HR-Mitarbeiter sprechen. Das ist wirklich cool. Jetzt hast du gerade gesagt, das funktioniert auch mit Bären-Sprachen. Also kannst du mal eine Frage auf Englisch stellen? Ach so, stimmt. Ich wollte es auf Englisch stellen. Genau. Genau. Und ich habe jetzt mal eine englische Frage eingestellt und ich sollte daraufhin auch meinen Inhalt auf Englisch bekommen. Und das finde ich tatsächlich ist einer der größten Vorteile, weil wir haben zum Beispiel auch Kollegen, die in Albanien sitzen und für die ist halt dann doch nicht alles übersetzt. Und die können damit quasi direkt darauf zugreifen und bekommen ihre Antworten in ihrer Sprache, in der es halt eingestellt wird. Hier zum Beispiel, was wir für Schritte bei einer Dienstreise nach Dänemark brauchen, in Englisch. Wir können das natürlich auch auf Dänisch umstellen und das wird alles automatisch funktionieren. Basierend auf den Daten, die wir bei uns halt hier drin haben. Das finde ich super cool. Und das wird, glaube ich, echt richtig viel ändern in der Art und Weise, wie wir unser Wissen managen. Das ist wirklich ziemlich cool. Das ist nochmal ein sehr viel größerer Anwendungsfall als das, was ich gerade gezeigt habe. Und vor allem wird es spannend, wenn dann Atlassian diese Funktion nativ in das Produkt mit hinzufügt. Also aktuell ist das ja eine Erweiterung, eine Drittanbieter-Erweiterung, die du verwendest. Und du musst ja, glaube ich, die Confluence-Daten irgendwie dort reinbekommen. Aber wenn wir uns mal vorstellen, dass meine IT-Abteilung, mein Chatbot dort, dass der alles weiß, was sowieso im Internet oder in der Wissensdatenbank steht, ohne dass man da erst was reinladen muss regelmäßig, ist das total Hammer. Voll cool. Ja, das ist super. Und es aktualisiert sich dann auch immer. Du hast immer den aktuellsten Stand. Und ja, also ich bin da total gespannt, was da von den großen Firmen kommt. Es gibt bisher nicht so viele Previews, aber das finde ich ist ein mega cooler Use Case. Und wenn du das Ganze quasi dann auch aus mehreren Quellen nimmst, aus unserem Confluence, aus unserem Jira, aus unserem, keine Ahnung, aus unserem OneDrive irgendwie. Mega. Also ich bin total gespannt, was die Zukunft da so bringt. Und ich glaube, jeder von uns sollte sich damit mal befassen. Also probiert es einfach mal aus. Die App, die ich hier jetzt nutze, ist Esel. Die könnt ihr bei euch mal installieren. Passt auf die Daten auf, nicht unbedingt geheime Sachen posten, aber es sollte mit jedem AI-Tool eigentlich klar sein, zum aktuellen Stand. Aber ja, probiert das Ganze mal aus und schreibt uns in die Kommentare, was sich davon haltet. Ja, super. Anta, ich habe das Gefühl, das wird nicht unsere letzte AI-Folge gewesen sein. Ja, Martin, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Comunado Cloud Talk. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.